So, heute machen wir Götterspeise. Ich muss sie zumachen und du rührst. Sieht aus wie grün und einer hat vergiftet. Ne stimmt hier nicht. Das ist kein Gift, das ist Götterspeise. Auch genannt Spackelpudding. Also da müsst ihr einfach gucken. Da kann ich hier richtig rein halten. Jetzt habe ich auch wieder Möglichkeit irgendwas zu filmen. Euch natürlich, weil hier jemand Götterspeise macht. Der muss aber natürlich in den Kühlschrank gekühlt werden. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel drei Stunden warten müsst, dann ist das schön. Könnt ihr essen mit Sahne dazu. Ja, das musst du abgehöhlen lassen. Ja, im Kühlschrank. Ich weiß, wo der Kühlschrank ist. Ja, ich schaffe das. Ah, jetzt wird es heiß werden. Ich will nicht, ich will nicht. Nein, du machst das lieber feinlich. So, drei Stunden Kühlschrank. Ja, warum mache ich die Hand? Ich möchte keine brennende Person filmen. Nein, guck mal. Gibt es auch gar nicht. So, hier ist der Kühlschrank. Hier wird er gekühlt. Drei Stunden, das reicht. Gibt kein was anderes da drin ist. Ja. Ach guck, ich habe einen neuen Zug-Lock geholt. Ist noch am Downloaden. Das Teil ist dann für mich. Und diese Lok habe ich mir geholt. Ja. Und können wir uns sanieren? Hm? Und uns sanieren. Tschüss. Ja, das ist darum, der Kühlschrank ist in die Hand. Ich liebe dich. Tschüss. Wir freuen uns an. Die Haierer. Drei. Ich liebe dich. Ich liebe dich.